Hallo meine Lieben, ich habe heute noch mal einen kleinen Haul für euch. Ich war bei Thomas Philips und habe bei Ali was bestellt und das zeige ich euch jetzt einfach mal. Erstes von Thomas Philips, da haben wir einmal, da ist ein bisschen Moos drin und dann diese Pilze. Fand ich sehr schön, da kann man ja so einen kleinen Garten gestalten. Dann hatten sie im Angebot die Stifte, sonst kosten die 4 Euro rund und jetzt haben sie nur 3 gekostet und die meinen sehr schön. Dann habe ich gesehen, dass ich schon lange, jahrelang nicht mehr gesehen habe, Dillpapier. Mit Karten sogar, da habe ich mir einmal das Motiv mitgenommen und einmal das mit Pimbuli, die da im Kanu sind, ganz niedlich. Genau. Und dann habe ich bei Ali bestellt und da habe ich mir diese bestellt. Stempel, Wintermotiv, ein Hase, ein Fuchs, noch ein Fuchs und da fand ich den Hirsch hier unten so schön und dass hier mal ein paar Bäumchen drauf sind. Dann eine Silikonform. Das sind Herzen und diese Herzen sind so groß wie der Fingernagel, würde ich jetzt sagen. Sehr schön, da sind mehrere drauf. Die muss ich mal unbedingt ausprobieren, dazu bin ich noch nicht gekommen. Dann habe ich mir eine Handyhülle gekauft, also nicht Hülle, sondern eine Schutzfolie. Die habe ich auch schon drauf und ich muss sagen, so passt es. Außer am Rand sind es überall so 2 bis 3 Millimeter, also es ist nicht ganz bis zum Rand. Da ist dann halt so ein kleiner Rand. Und diese Folie ist nicht gebogen, so wie das Handy. Aber ich komme damit eigentlich ganz gut klar. Das passt. Dann habe ich mir Stoff bestellt. Das sind so kleine Stoffstücke. So wie die Reste. Da sind dann verschiedene Motive. Einmal so ein Gelb. Verschiedene Farben. Mit Mustern, Blau, Grün, Blumen. Pink, also so ein Mischmasch. Die sind halt so groß, naja, wie meine Hand jetzt, nicht ganz. So halt Restepaket gewesen. Dann habe ich mir diese Kunstblumen oder Stoffblumen, muss ich mal sehen. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. So ein Band mitgenommen, wo man den Stiel mit umwickeln kann. Das sind drei verschiedene Grüntöne. Mal sehen, wie das aussieht. Dann habe ich mir die Winger bestellt. Die sind so, oh, ich müsste auf meine Kamera halten. So halb doppelt. Also die gehen nicht ganz zweimal rum, sondern nur so zur Hälfte. Kann man es, glaube ich, sehen. Und einmal noch ein bisschen heller. Und die sind jetzt aber, die gehen einmal ganz rum. Also zweimal dann. Und die sind auch ein bisschen heller als diese hier. So, richtig schönes Silber. Und dann habe ich mir noch ein Blumen bestellt. Die habe ich mir jetzt schon zum zweiten Mal bestellt. Weil die wirklich traumhaft schön sind. Und man kann die immer mal auf dem Ressenteil oder auf eine Karte kleben. Dann habe ich mir Sterne bestellt. Da sind verschiedene Farben drin. Und die sind so Pastelltöne. Sehr schön, auch nicht so groß. Und dann habe ich mir Seepferdchen bestellt. Da werde ich aber oben den Anhänger abmachen. Mal gucken, dass ich daraus Ohrringe mache, wenn sie nicht so schwer sind. Die sind eigentlich für diese Pandora Armbänder. Aber ich fand die ganz schick. Da habe ich jetzt mal drei mitbestellt. Mal gucken, ich klebe zwei, ein paar Ohrringe und eine Kette. Und dann habe ich mir noch Pippenbänd bestellt. Da habe ich gedacht, oh, die Flasche sieht ja groß aus. Und wo sie dann ankam, war sie genau so groß. Also jetzt nicht allzu groß. Aber das ist ein schönes, naja, Rosé würde ich jetzt mal sagen. Und mal sehen, wie sich das immer dann macht. Und wie das dann aussieht. Genau, das war mein Haul. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis demnächst. Tschüss.